Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends in der Welt, wo 5 gegen 5 gekämpft wird und ja, ein Team gewinnt und ein Team verliert. So, heute spiele ich wieder mal mit Ash und mit uns sind heute unterwegs Nidl, Katharina, Brolaf, Bro-Olaf oder Brolaf, Amumu als Jungler gegen Garen, Catelyn, Sion Akala und Aydur, Aydur als Jungler. Eigentlich, er macht einen Typen so, der hört sich an wie so ein Türke, keine Ahnung, jetzt nichts gegen Türken, ich schaffe es selber mit zwei Türken bei mir im Betrieb, aber Aydur, das mag ich einfach, keine Ahnung. Der erinnert mich irgendwie an so, keine Ahnung, so einen irgendwelchen früheren Schauspieler, so einen Zeichentrickfigur oder keine Ahnung, Aydur, Aydur. Egal auch nicht mehr. So, wir sind heute auf der Botlane mit Aydur, Cary, Ash unterwegs, ich hoffe ich mache so viel Schaden, ich glaube auch sogar, jetzt runen ohne Magieresistenz und ohne Rüstung an. Das heißt, sprich, ich habe jetzt einfach nur, welche, 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 warte mal, aufgehen wollen, aber jetzt nicht, aber welche Grafik habe ich jetzt eigentlich, stimmt. 1080p, are you playing on a Nintendo DS? Das wollte ich gerade aufragen, Leute, das ist so lustig. So, okay, ähm, warte, warte mal, jetzt genug gequatscht, jetzt bekommen wir euch mal ein Schwert und ein paar Heiltränke und helfen mir jetzt mal Amumu schnell mal, schnell mal, ähm, mit dem Blue. No, und, 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 iPhone 7. Nein, der spielt nicht auf Nintendo, der spielt auf iPhone 7. Okay, gut, genug gequatscht, jetzt fängt schon wieder mal die ganze Geschreibe an. Ähm, Verbindung wiederherstellen. Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Alter, bloß Galaxia machen, I love my Bobs, me too. Okay, Katharina ist in der Mitte, Brolauf ist alleine oben. Hm, uh, hat natürlich eine Defense Runen drin, in dem Fall auf dem Tank, me too, some, me, noobs. Ähm, 8, 8, 14, Magiri 6, 39, ähm, Rüstung, ich hätte mir vielleicht auch doch lieber Rüstung kaufen sollen, weil ich habe 15 Rüstung, das ist, das ist rein, all gar nichts. Ich hätte mir lieber jetzt ein bisschen, ein bisschen Rüstung machen sollen, also nicht jetzt die Full AD Runes drin, sondern irgendwie mal, ja, ein bisschen auf Rüstung gehen und auf bisschen Magiri 6. Jetzt aber gut, wir haben jetzt unten, ähm, Needle, die uns jetzt supporten will. Jetzt machen wir schnell mal den Blue hier. Ich weiß gerade, wie viel jetzt Schaden zu machen werde, weil ich habe so 100 kritischen Schaden. Das weiß ich jetzt nicht, wie viel da jetzt kritischen Schaden jetzt eigentlich kommt, wenn ich zum Beispiel auf den Blue schieße. 135, okay, so weit, so gut. So, jetzt gehen wir mal weg, genug gepusht. Jetzt gehen wir wieder mal auf die Botland gegen Caitlyn und wer wird es unten noch sein, glaube ich, Sion. Genau, Sion, schau unten. Okay, sie hat da jetzt irgendwie so eine Falle gestellt oder sonst irgendwas. Ah, nicht getroffen, scheiße, was. Gut, dann pushen wir mal hier ein bisschen weiter. So, eine Falle, schau da. Ich muss auch mal gucken, dass die jetzt mal nicht hier irgendwo überramt wird oder sonst irgendwie. Scheiße, okay. Caitlyn, ich schaue hier. Alter, da ist ein Ward drin, scheiße. Okay, ein bisschen mal auf Defensivspiel und da mal ein bisschen mal versuchen, der Farm hier zu klauen. So, der haben wir jetzt genügend hier gehittet. So, den haben wir mal auch mal. Alter, viel, die mir Schaden gerade zugefügt hat. Das ist unglaublich. Okay, die sind jetzt Level 2. Okay, Eider steht hier. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel den schnappen jetzt. So, der ist jetzt weg hier. Ah, nicht getroffen, scheiße, was. Okay. Halt dran, ist noch drinnen. Wir müssen mal ein bisschen mal hier aufpassen, dass wir jetzt hier irgendwie Caitlyn oder Sion mal... Ah, fuck, daneben. Muss man hier ein bisschen mal aufpassen. So, der ist jetzt tot. Den hier mal, gehen wir jetzt mal auf. Wo ist denn die jetzt? Wo ist denn die? Scheiße, war zu langsam, nein. Nein, komm schon. Fuck, ey. Lol, das gibt sich. I'm too slow. Scheiße, ich bin zu langsam geworden. Hat sie mich erschöpft oder so? Auf jeden Fall war das gar nichts. Rein, äh, einfach mal gar nichts. Scheiße, Mann. Ich hab schon gedacht, ich kill sie, aber ich bin irgendwie... Was Angriffstempo angeht, bin ich irgendwie zu slow. Und die ist ja fast dead hier. So, ich bin gerade unterwegs. Der Amuno, wenn... Wäre jetzt Amuno hier gewesen, wäre es natürlich ziemlich gut. Aber nein, weiterleit... Was leider nicht so... Ah, fuck. Wow, das war so knapp. Scheiße. Alter, das war so geil. Der hat sie fast erwischt, Mann. Scheiße, Mann. Aber gut, jetzt bin ich auch verschiert. Hauptsache keine Schuhe. Aber ich hab jetzt... Alter, komm schon, Caitlyn. Geht er hier gar nicht weg. Okay, geht's mal hier aus. Versuchen wir jetzt noch, Caitlyn mitzunehmen. Die Caitlyn ist schon immer noch da. Das ist gut für mich. Zwei ist sie und immer noch hier. Und dann versuche ich hier Caitlyn mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich hier geworden bin. Ich glaube schon. Was hier geworden ist. Alter Scheiß, was ist das? Das gibt's doch nicht, ey. Ach, komm schon, das war's. Das ist so scheiße jetzt geworden. Scheiße, Mann. Ich hab schon gedacht, ich kann jetzt mal kurz mal den Ding mitnehmen hier. So, die ist jetzt tot. Und die nehmen wir jetzt mal auch mit. Scheiße, nein. Noch. Ach, komm schon. Noch ein bisschen. Ist ja übrig geblieben. Ach, komm schon. Die ist jetzt weggegangen, glaube ich. Von da, oder? Scheiße, die Scheißversagen soll mich ja... Uh, scheiß Akali ist hier. Fuck. Fuck, fuck. Nein. Komm schon. SS from mid. Maybe. Alter, die ist doch so scheiße. Wieso gibt's kein SS von der Mitte? Oh Gott, jetzt bin ich schon zweimal gestorben. Ach, du Kacke, Mann. Das fängt schon mal auf jeden Fall super an hier. Ja, so, jetzt brauchen wir erstmal Schuhe mit ein bisschen Angriffstempo. Hab zwar Halt dran gehabt, aber hätten wir auch mal ein bisschen benutzen sollen. Okay, da ist auch Eidr, da ist auch Eidr. Okay, ich weiß jetzt, was der Momo eigentlich macht. Momo, Just Gangs. Okay, ich muss auf jeden Fall mit der Ersch jetzt ein bisschen vorsichtig spielen, weil der hat jetzt irgendwie nicht so viel, nicht so viel Schild. Die hätten wir mal ein bisschen auf Schild bauen sollen. Nicht jetzt komplett auf Eidr carry. Das ist jetzt wahrscheinlich so. Habe ich eigentlich Fähigkeitsstärke von 5. Dann kann ich bitte jetzt einer sagen. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Wie viel die mir jetzt Schaden eigentlich hier zufügen. Safe. Okay, alles klar. Ich spiele jetzt mal ein bisschen safe hier, also ein bisschen hinten bleiben. So, den nehmen wir mal kurz hier mit. Ja, ja, komm schon, schieß du ruhig. Alles daneben schießen hier. Ja, ja, die... Ich vergiss auch ganz alt, dass Catelyn hier ihre Fallen aufstellen kann. Das vergiss ich andauernd. So. Alter, hat sie mich jetzt getroffen auch noch. Scheiße. So, jetzt bleiben wir mal ein bisschen mal deaf hier. Glaubt, der Sion ist sowieso hier. Genau, der weiß da drin. Aber gut, okay. Okay, Nidl, dankeschön. Jetzt slipst du noch die Falle mit. Ist auf jeden Fall super. So, gegen Catelyn könnte man hier eigentlich nicht viel machen. Alter, wie viel die Schaden uns macht, die kleine Ratte, die. Das ist unglaublich. Aber gut, die kann auch heilen. Das ist noch ein Vorteil. Ein kleiner Vorteil. Aber die ist so gut weggegangen, die letzte Zeit. Also so knapp. Das ist einfach unglaublich. So, Amumu gankt ja auch gar nicht, kann es sein. Okay, die haben wir jetzt mal... Ja, komm schon. Jetzt trifft sie nicht. Das ist gut so. Jetzt heilt sie mich auch noch ein bisschen. Jetzt habe ich auch keine Heiltränke mehr. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Die Nidl sollen wir mal ein bisschen hier mit ihren... mit ihren Pfeilen, mit ihren Sperren hier mal ein bisschen mal besser jagen. Genau sowas brauche ich. So. Ah, fuck. Hätte jetzt getroffen, hätte ich mich jetzt schnell nach vorne flashen können. Okay, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt können wir uns mal schnell mal kurz vorflaschen. Okay, die bleibt jetzt da hinten. Ich weiß nicht, was die jetzt da machen will. Okay, ich habe jetzt den Flash fertig. Das heißt, wir können jetzt eventuell zu der rüberspringen. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt... Amumu ist auch hier. Okay, Amumu ist ja auch hier. Alter, nein. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Scheiße, Mann. Jetzt habe ich dich erwischt. Ach, Gott. Nice egg. Oh, Gott, Mann. Jetzt bin ich auch mal tot. Drei Kills, drei Deaths. Okay, Katharina mit ihrer Ulti kann jetzt nicht viel machen. Weil da ist ja natürlich... Jetzt stirbt sie auch noch. Ah, Gott, ey. Das ist doch so scheiße jetzt irgendwie. So, pass auf. Was ich jetzt dann natürlich machen werde. Ich baue es mir gleich auf kritischen Schaden. Ich scheiße jetzt irgendwie auf den Schaden. Ich baue es auf kritischen Schaden. 3-3 habe ich. Das ist, glaube ich, gar nicht so ein guter Anfang. Ich habe auch ein bisschen Scheiße gebaut am Anfang mit... mit Ash. Ich hätte sie lieber nicht voll full AD-Runs... nehmen sollen, sondern irgendwie andere. Jetzt so. Genau, das nervt mich auch. Aber immer keine Sets von der Mitte rein. Rein gar nichts. Immer so diese... diese dummen... Lanes... more damage, Ash. Ja, ich brauche... Ich weiß, dass ich mehr Damage machen will. Oder ich sollte eigentlich. So, jetzt haben wir aber auch ein bisschen mal schnellere Angriffstempo. Hey dir, hey dir, hey dir, hey dir, hey dir. Komm schon. Ja, der hat eine Wisch. Ja, der hat eine Wisch. Der hat eine Wisch. Super, 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 ja. Komm schon, nein, der ist nicht tot. Scheiße, der ist jetzt nicht tot. Ach, komm schon. Okay, jetzt habe ich hier mal auch die Hälfte verpasst hier unten. Oh, scheiße. Der hat mir jetzt auch mal genügend Schaden hinzufügt. So, mal schnell Mitte gehen. Ich weiß es nicht. Katharina SS. Okay. Nein, ich habe es den Falschen getroffen jetzt. Okay, jetzt muss man ein bisschen mal back gehen. Nicht, dass die jetzt... Katelyn glaubt, hier zu schießen zu wollen. Ja, komm doch, geh doch mal weg von mir, Mann. Das gibt es doch gar nicht. Okay, danke. Ah, fuck, nicht getroffen. Okay, muss man... Bis man denn mal von der Ferne mal Schaden zu fügen. Ja, ja, nicht getroffen. Komm schon. Du schildst auch ganze Zeit. So, ich habe zwar eigentlich meine Ulti fertig. Ich könnte zum Beispiel jetzt irgendwo einen... Dann, scheiße. Bin voll in die Falle reingelaufen. Okay, danke für den Heal. So, soweit so gut jetzt eigentlich. Jetzt ist Katharina irgendwo weg. Okay, der ist jetzt tot. Und nein. Du killt der Mumu. Scheiße, was. Okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen defen. Also ein bisschen mal defensiv spielen. Alter, die... Die Niedel, die trifft mit ihren Sperren irgendwie nicht. Das ist ziemlich schlecht. Okay. Ich weiß jetzt, was ich da gerade machen will. Okay, von Caitlyn ist der... Sie sind die ganzen Schüsse auch irgendwie scheiße. Okay, der Hammer jetzt getroffen. Okay, Katarina... Äh, Akali ist in der Mitte. Das ist gut. Okay. Scheiße, nicht getroffen. Mit keinem Pfeil. Das ist so scheiße. Okay, muss man mal ein bisschen mal... Die killen mal hier. Oh, scheiße. Frozen Pfeile. Habe jetzt verschwendet. So, der ist jetzt weg. SS. Drei. Okay, ich glaube, die wollen jetzt irgendwie herlocken oder so. Okay, die Hammer jetzt entdeckt hier. Jetzt sollte ich hier nicht bloß verstecken irgendwie. Okay, da ist Eidr, 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 da ist Eidr. Da ist Eidr. Ja, ich habe es gesehen. Da ist Eidr. Das heißt, wir müssen mal jetzt ein bisschen mal defensiv spielen. Okay, Akali ist jetzt. Katharina hat jetzt auch Akali getötet. In der Mitte. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil, was so Midrange angeht. Okay, Eidr ist da drin. Der weiß aber nicht, dass da geworden ist. Okay, jetzt weiß er, dass da geworden ist. Weil ich hier habe den ja getroffen. Ah, ich mache zu wenig Damage. Ich mache zwar kritischen Schaden, aber irgendwie zu wenig. Okay, vielleicht doch nicht. Bleiben wir es doch ein bisschen weg. Nein, 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 nein. Okay, jetzt habe ich auch keinen Mana mehr. Scheiße, ist der jetzt tot? Nein, der ist nicht tot. Ach, komm schon. Der ist so ein Lackermann. Der ist jetzt einfach mal abgehauen, ey. Ach, komm schon. Der hat sich auch geheilt, glaube ich, mit seiner Ulti oder so. Scheiße, was, ey. Komm schon. Okay, jetzt muss ich wieder back. Weil ich irgendwie kein Leben, kein Mana rein, gar nichts habe. Was hat denn Katelyn eigentlich? 115 AD. Okay. Jetzt kaufe ich mal auch mal ein bisschen Angriffsschaden. Dann mache ich mal auch ein bisschen mehr Damage. Und ja, auf Heil geht es erstmal nicht. No Mana. Okay. Okay, ich glaube, das Spiel fängt eigentlich schon mal gar nicht mal so gut an. Also gar nicht mal nicht so schlecht, sondern einfach mal gar nicht mal so gut an. Weil irgendwie ist jetzt tot eigentlich. Nein, ich bin nicht tot, ich bin weggegangen. Okay, gut, ich packe jetzt einfach mal jetzt, schnell hierher zu kommen wieder. A Katelyn ist in der Mitte. A Mumu ist auch in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt gehen wollte. Oh, Tom, habt ihr den Ding zerstört zu zweit? Es ist einverstanden. Okay. Okay. Ich habe fast eine Sion getötet, aber irgendwie habe ich zu wenig Damage gemacht, dass der jetzt gleich gestorben ist. Alter, der mit seinem Scheiß-Dinger. Scheiß-Hammern. Okay, jetzt geht natürlich, glaube ich, die ein bisschen aggressiv. Ah, scheiße, nicht zerstört. Der hat noch ein Leben gehabt. Scheiße, ist unterwegs nach oben. Okay. Okay, ich bleibe jetzt mal einfach mal hier im Busch, weil Katelyn ist irgendwie nicht da. What the fuck? Okay. So, da haben wir jetzt mitgenommen. Oh, guter Schuss, guter Schuss, aber leider ist Sion getroffen. Das war nicht so gut, aber ehrlich gesagt, ziemlich guter Schuss. Es sind zwei Fallen. Ah, genau zwischen den... Ah, verdammt, daneben. Genau zwischen den Pfeilen. Okay, in der Mitte Schakale, mal die jetzt mal ein bisschen mal irgendwie... Weiß nicht, irgendwie so... Genau, zwischen den Augen irgendwie so aggressiv spielt. Oh, gut. Guter Schuss. Okay. Ich habe ausgewichen. Ah, nicht getroffen. Scheiße, was? Okay, da war jetzt eine... Okay. Okay, mir fällt jetzt irgendwie... Also so... Gerade irgendwie langsam die Stimme. Oh, da ist ein Dürr. Da ist ein Dürr. Ich kann jetzt machen, was da will. Oh, scheiße, das hätte so gut gehen können, wäre jetzt gestorben, aber leider nicht. Okay, ich habe jetzt meinen Frozen-Pfeil eigentlich da. Oh, scheiße, da ist ein Schakali. Ah, verdammt, die wollten mit einem Ding schießen. Oh, mein Gott, ey, das ist doch so scheiße. Sind sie zu viert hier unten? Vier, boah, lol. Alter, die sind zu viert unten. Das gibt es doch gar nicht, ey. Ach, du Kacke, Mann. Scheiße, was? Jetzt bin ich... Jetzt bin ich auch noch tot. Ja, jetzt schreibt der SS. Toll. Wenn es vorbei ist. Und Katharina läuft hier auch weg. Die soll mal hier von hier verschwinden, Mann. Alter Schwede, Mann. Diese Akali, die nervt mich echt andauern. Und ja, er ist natürlich mit so wenig... Ja, der Gegner hat einen Tum zerstört, weil er natürlich nie wieder was gab. Kein SS oder sonst irgendwas. Akali steht hier. Wir waren noch hier. Okay, ein dyrischer Jungler. Okay, der kann ja nichts machen. Aber so ein Fail, ey. So ein Fail, ey. Er steht natürlich scheiße. 3-4 habe ich jetzt gerade momentan. Akali hat 5-2. Hm, das ist nicht gut. Ich muss ein bisschen mal aufpassen, zu bauen hier. Okay, Ulti. Ich weiß jetzt gerade, was er jetzt mit der Ulti jetzt machen will. Da gibt es überhaupt keine SS, keine Hälften, rein gar nichts. Okay, da ist auch geworden wieder. Okay, nochmal ein Wort. Das ist gut. Signalisiert verschwundenen Gegner. Ich habe es auch gesehen, dass der Gegner verschwunden ist. Jetzt muss man mal hier, wie ich mal aufpassen, weil wir haben es hier keine Tum. Ich tue mir gar nichts. Ich habe fast auch meine Dinge geschossen. Alter, Schwede. Schwede, Akali. Mal doof. Fast eine Doppeltötung. Absolviert. Scheiße, was. Alter, geht doch mal auf die los, Mann. Alter, die ist doch so blöd. Oh mein Gott. Alter, die ist doch so blöd. Katan. Oh mein Gott. Ich damage den und die läuft einfach mal weg. Das gibt es doch gar nicht. Das ist nicht normal. Okay, jetzt geben wir kurz mal einen Tipp hier, dass da gerade Zion gerade nach unten unterwegs ist. Akali, was just stopp? Hm. Okay, da ist jetzt Zion hier. Vielleicht können wir den jetzt mal schnell mal hier verjagen oder so. Der will, glaube ich, irgendwie Blumen machen. So, der ist jetzt tot hier. Und die machen da unten jetzt gerade mal den Ding hier. Nein, scheiße Schwede, Akali, Mann. Das gibt es doch gar nicht, ey. Ach, komm schon. Verdammt, das kotzt mich an irgendwie jetzt langsam. What the fuck? Alter, das ist doch so scheiße, ey. Das gibt es doch einfach gar nicht, ey. Ich habe echt keine Wörter mehr dazu. Diese Akali, die nerven mich echt andauernd. Die ist echt überall. Und da sagt auch niemand, dass die irgendwie hier unterwegs ist oder sonst irgendwas. Oh mein Gott, ey. Da, fickt's doch die, ey. Wo ist denn die? Alter, seid doch so dämlich, ey. Das gibt es doch gar nicht, ey. Die stehen hier im Kreis und... Oh. Alter, schaut mal die... Mann, was ist... Was ist das für ein Scheiß, Mann? Scheiße, ey. Okay, jetzt sind sie gerade hier nach unten unterwegs. Ich bin zwar auch hier am Mung und Schau hier. Soll mal seine Ultima benutzen. Oh Gott, ey. Ja, geh doch mal weg da, du kleine Ratte, du, ey. Du regst mich auch auf. Jetzt aber schnell. Scheiße, die ist jetzt nicht hier. Jetzt läuft sie. Komm schon, Kata, springt doch rüber. Jawohl. Gut Job. Jetzt sieh, jetzt ist er endlich mal dead. Da oben sind die gerade zu dritt, zu viert. Scheiße, Mann. Jetzt ist der Olaf, glaube ich, dead. Aber sowas von dead. Vielleicht kann ich noch irgendwie jetzt... Einen Final Frozen Fire rüberschmeißen. Aber ich glaube, das packt jetzt sowieso nicht. Doch, jetzt aber. So, weg da. Weg von meinem Olaf. Okay. Mal ein bisschen weg hier gehen. Okay, jetzt hat er auch gar nichts mehr. Scheiße. Okay, die ist jetzt tot. Die ist jetzt, glaube ich, tot. Komm schon, stirbt doch jetzt, Mann. Du kleine Ratte, stirbt doch, yeah. Mitgenommen. Okay, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Ich habe zwar kein Mana. Ich habe zwar kein Mana, aber gut. Okay, ähm. Ja, dann pack ich nicht. Ich habe kein Mana. Ich habe tatsächlich kein Mana. Scheiße, was. Ihr weiß auch gar nicht, wie viel HP der hat. Das ist das Nächste. Scheiße, Mann. Alter, diese Akale, Mann. Das gibt es doch gar nicht, ey. Dieses... Ah, komm schon. Alter, wie viel Damage macht mir. Oh, mein Gott. Akali, feed. Alter, das gibt es sogar... Ich stehe jetzt gerade nicht im Gestorben oder so. Das ist doch krank. Alter, wie viel Damage macht ihr denn? Das ist... Das ist nicht normal, glaube ich. Das ist... Das ist... Ich habe... Äh, ich kann da... Äh, ich bin... Äh, ich bin einfach still. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich habe einfach mal zu feeded. Sie hat 8 zu 3. Und sie macht solchen Damage. Sie hat mich in 2 Sekunden zersicht. Okay, ich habe auch nie so viel HP. Das kann ich auch verstehen. Und ich muss ja jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwo irgendwie alleine renne oder so. Okay, zum Glück habe ich jetzt nicht geschossen. Sonst wäre das gleich ein Feuer-Fail gewesen mit einer Ulti. Ah, scheiße. Scheiße, jetzt kann ich auch leider nichts mehr machen. Da ist zwar Kata da und Katelyn und alle drum dran. Und klar, und die schießen jetzt gleich auf mich los. Scheiße. Ja, klar. Kleine Ratte, du. Ich hasse die sehr, so sehr. Okay, der ist jetzt von da weg. Okay, ich glaube, der Eidr kommt jetzt sowieso gleich von hier oben oder so. Irgendwie. Oder der ist jetzt weg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe zwar wieder kein Mana. Das ist auch ziemlich scheiße. Gerade, okay, Amumu ist hier. Okay, hier sind die, glaube ich. Alle. Wenn ich mich nicht täusche. Ich gehe jetzt mal schnell mal weg hier. Amumu will es mal. Genau, da war jetzt einer. Sogar zwei waren da jetzt. Oh, cool. Cool. Aber ich glaube, wenn es dahin rennt, kommt sowieso der Akali hinterher. Okay, da kommt es nicht hin. Oh, cool, die haben den erwischt. Ich hätte mir jetzt eigentlich darüber jumpen sollen. Aber gut, okay. Komm schon, kill dir den. Kill doch den. Kill doch den. Nein, der ist jetzt weggegangen. Und scheiße, unter Mumu stirbt es, glaube ich, jetzt. Genau, auch Mumu ist jetzt dead. Und Akali ist jetzt auch hier. Uh, das wird, glaube ich, gar nichts mehr in dem Spiel. 15 zu 20. Wir sind so scheiße momentan alle. Jetzt bin ich gerade hierher unterwegs. Hab zwar jetzt irgendwie kein Geld oder so, aber ich habe mein Frozen-File jetzt fertig. Jetzt bleibe ich einfach mal hier stehen und warte mal, bis da jetzt irgendwie jetzt einer kommt oder so. Okay, dass man hier jetzt mich irgendwie nicht sieht oder so. So. Okay, die sind jetzt da oben. Was ist hier los? Da ist jetzt gar nichts los. Ja, ja. Ich habe das schon gesehen. Okay. Der Fehler war auch eigentlich bei Amumu. Der hat irgendwie am Anfang das Spiel überhaupt gar nicht. Also nicht gegangt null. Und das war natürlich auch mein kleiner Fehler. Alter, geht, geht mal weg da, Bro. Bro, Urlaub. Okay, ich weiß auch, wo die Akali ist in der Mitte. Okay, Needle ist unten. Ich gehe mal schnell zu Needle. Ich schaue es eigentlich aus hier mit dem Blue. Nein, der gibt es nicht hier. Das wäre es natürlich zu einfach gewesen, wenn der Blue eigentlich da wäre. Okay. Ketlin ist da oben. Ketlin ist da oben. Okay, sie geht jetzt auch back. Sie hat jetzt gepusht. Sie macht es richtig. Sie hat gepusht und geht nicht auf dem Tombler. So, dann geht es einfach mal back. Okay. Vielleicht hier ist die. Nein, die ist hier nicht. Alter, das war, Alter. All ich, alle Schüsse einfach daneben. Akali staunt. Ich glaube, sie will jetzt mal ein bisschen hier außen rumlaufen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. So, dann haben wir, der ist jetzt tot. Da ist Eidr. Aber ich glaube, wenn wir jetzt da auf die losgehen, stemmt jetzt sowieso alle. Genau, so machen die jetzt. Alter, Scheiße. Alter, der hat einen Let's Kill gemacht. Ach, komm schon. Der ist so eine KSerin, Mann. Alter, das waren... Ich glaube, die spielen... Die sind alle wie Primates oder so, weil... Die spielen so krank, ey. Das ist nicht normal. Also, die machen das alle so gezielt. Ich glaube, wir sind da gegen ein Team gestoßen oder so. Weil das kann eigentlich nicht so sein. Es ist die einfach die ganze Zeit hier zu zwei stehen und eine lockt eigentlich. Nice Focus. Ja, das war ehrlich ein nice Focus. Mich als erstens getötet. Nein, aufgeben will jetzt nicht. Zwei sind dagegen. Das ist gut. Okay, jetzt machen die gerade den Pushen erstmal den Turm hier. Alter, wie schnell ist denn der? Der Gegner hat einen Turm zu schröten. Ich hätte jetzt eigentlich einen Flash gehabt, aber ich bin viel schneller gestorben, als ich jetzt irgendwas machen konnte. Gut, sie haben gepusht und hauen jetzt natürlich selbstverständlicher ab. Ist ja super. Fokus, Akali, Fürsten, Kate. Klar. Ja, das ist ja logisch, dass wir zuerst die fokussen müssen. Und dann der Rest. Okay, der Red ist auch nicht da. Und die sind jetzt alle irgendwie da unten. Ja, ja. Wir sind da gerade unterwegs alle. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt sowieso irgendwas machen, dann sehen wir sowieso tot. Da ist Akali. Da ist Akali. Da ist Akali. Scheiße, der ist jetzt weggegangen. Fuck, Mann. Okay, die ist jetzt hier weg. Sie haben jetzt gerade den Dragon gemacht und gehen hier weg. Das ist auch nicht so ganz prickelnd. Okay, der Blue. Oh, da ist Akali. Scheiße. Ach, komm schon. Meine Fresse. Was macht er? Alter, Solo. He jumped to me. Was soll ich gemacht haben? Ich stehe einfach und sie springt einfach zu mir. Akali ist wirklich fiedet. Das ist jetzt nicht mehr normal. Alter Schwede. Der Mumu ist jetzt auch tot. Alter, wie stark die sind. Das ist einfach krank. Und der eigentliche Tank, der ist jetzt oben. Ich habe jetzt auch nur 230 Damage, aber irgendwie schaffe ich das nicht, die ganze Damage hinüber zu bringen. Okay, jetzt bin ich auch wieder hier. Okay, vielleicht kann ich hier noch einen schnellen Frozen-Pfile jetzt irgendwie rüberschmeißen oder sonst irgendwie. Okay, die springen jetzt alle zum Brolauf rüber. Okay, den habe ich jetzt eigentlich gerettet, den Olaf. Aber jetzt habe ich keine Ulti mehr. Das ist noch scheißer. So, die Caitlyn ist sau hier. Okay, ich muss hier mal ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie von der erwischt werde oder so. Zum Beispiel von der hier. Scheiße. Da läuft einfach mal davon. So. Okay, Akali ist da unten. Der ist jetzt hier. Alter, ich treffe ihn die ganze Zeit mit meinen Pfeilen. Das ist so scheiße. Ja gut, aber ich glaube, wenn wir es dahin gehen, fokussieren wir vor, fokussieren wir sowieso mich jetzt. Oder ich irgendwo hier im Busch, ich weiß es nicht. Nein, scheint nicht so zu sein. Aber da ist der Blue, aber ich glaube doch, da ist der Blue sogar. Oh, scheiße. Scheiße, Mann. Scheiße, 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 scheiße. Alter. Geht's doch mal weg da, verdammt. Alter, was macht denn der Olaf? Scheiße, jetzt habe ich keinen Mana. Jetzt kommt er zum Beispiel einfrieren, aber ich habe keinen Mana, leider. Scheiße, was? Alter Schwede. Jetzt haben die auch noch den Blue, glaube ich. So, weg da. So, jetzt habe ich auch keinen Mana mehr. Ich muss es leider wieder weg. Stop, stop, that tickles. Alter, geht doch mal weg von mir. Okay, getroffen hat er den. Akali lacht, dass ich den Arsch habe da unten irgendwo. Ja, die hat auch einen Grund zum Lachen mit einem Score von 13 zu 4. Oh, mit Bliss. Ja, gut, okay. Wir können es eigentlich schaffen, aber die sind eigentlich, die haben eigentlich drei Tanks hier. Das ist das, was es gerade ausmacht. Drei Tanks und zwei Edicaree so in der Art. Und wir haben ja nur mich alleine und Olaf und so weiter und Kata. Was macht denn die Kata eigentlich? Okay, Kata macht eigentlich auch gar nicht mehr so wenig Damage und so. Okay, da ist jetzt niemand. Oh, da ist Aydir. Vielleicht Aydir können wir jetzt mal schnell mal schnappen da unten. Aber dann läuft jetzt Kata alleine hin. Ich habe jetzt auch keinen Flash, so auf Not mal abzuhauen. Okay, Amumu ist jetzt alleine, aber ich glaube, Amumu wird es gleich genau von zwei Seiten. Nur überrumpelt. Okay, Akali müsste jetzt eigentlich irgendwo hier sein. Genau da unten ist die jetzt. Fuck, Akali ist da, nee, Mann. Aber gut, Akali ist dead. Vielleicht können wir diesmal auch mal schnappen. Scheiße, Mann. Genau jetzt könnte ich jetzt meinen Fall gebrauchen, aber ihr habt jetzt nicht da. Das ist ein bisschen scheiße, gerade. Okay, aber Akali ist jetzt dead. Wir haben sie überrumpelt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Okay, ich muss natürlich jetzt aufpassen hier, weil ich bin so eine leichte Scheibe eigentlich. Okay. Okay. Okay, jetzt ist ein bisschen mal weggehen. Kein Mana eigentlich. Der Olaf benutzt das einen Blitz jetzt gegen was sein, einfach. Nein, ein bisschen weggehen. Da ist jetzt gar nicht mehr. So, jetzt muss man hier mal weggehen. Ja, was denn? No, Mana. Ich habe kein Mana, kann nichts machen. So, vielleicht muss ich mal die Vasan hier wegklicken, oder? Okay. Aber ich glaube, Akali ist jetzt sowieso hier. Beide, es wird jetzt mal doch noch schwieriger, auch wenn ich kein Mana jetzt habe. Olaf, wir müssen jetzt hier weggehen. So, wir gehen jetzt einfach mal hier in Little Back. Alter, was machen die? Geht doch mal weg da. So, jetzt gehen wir mal kurz zurück und pumpen jetzt erstmal mal mein Leben auf. So, jetzt bin ich wieder da. Komm schon, mehr Mana braue, mehr Mana braue. Okay, soweit so gut. Ideisch oben. Macht gerade einen Turm. Wir hatten auch geschafft. Das war auch ein gutes Anblänkungsmanöver. Okay, ich weiß nicht, ob ich die jetzt alleine da jetzt packen kann, irgendwie. Oder vielleicht doch nicht. Die sind jetzt auf jeden Fall mal weg. Und ich brauche mal ein bisschen mehr Angriffstempo und kritischen Schaden. Und mal ein bisschen Mana-Regeneration. Das bricht mir auch viel. So, ich habe auch nicht so viel Leben. Okay, jetzt weiß ich nicht, wo die jetzt sind. Die sind alle jetzt da unten, weil die Vasallen da unten jetzt alles pushen. Ich gehe mal kurz back, baue mir erst mal die Blutklinge fertig. Weil die gibt ja dann mir da auch mal ein bisschen Angriffsschaden und ein bisschen mal Lebensraub. Uh, da ist ein Dürr oben. Alter, Olaf. Olaf, er piste ich von da. Sonst stirbt es vielleicht sowas von. Alter, geht doch mal weg da. Ich will, ich will, ich will jetzt nicht für dich die Ulti benutzen hier. Komm schon, stirb, stirb, stirb. Scheiße, man, immer Akal auf mich. Ja klar, immer Akal auf mich. Alter, warum bin ich immer der Erste? Das gibt es doch gar nicht. Alter, ich bin doch, ich bin doch nicht so langsam. Warum schieße ich den so langsam? Das ist doch unglaublich einfach. Das ist unglaublich, warum es irgendwie so langsam schieße. Das ist doch krank. So, pass auf, was ich jetzt kaufen werde. Auf jeden Fall kaufen wir es erstmal mal. Schuhe. Alter. Nein, geweckt, geweckt, geweckt. Okay, der Turm ist ja sowieso dead. Scheiße, die Buschnutz wirklich zu stark. Was hat denn die eigentlich die Nidle für Schaden? 120 Fick ist er. Do, do, do a hell to stay. It's but it's over. Dukata. Ähm, ja, keine Ahnung, was die da wollen. Nidle, null Kills. Das wäre vielleicht auch mal sinnvoller, damit ich mal ein bisschen Kills hätten. Ich drücke jetzt einfach mal sinnvoller Nein, weil ich will jetzt einfach mal weiterspielen. Ich will nicht so schnell aufhören. Okay, das war es jetzt eigentlich. Scheiße Spiel war es am Anfang. Aber gut, gleich kommt noch ein nächstes. Ich glaube, das nächste läuft ein bisschen besser. Das Ding war, ich weiß nicht, das war schon am Anfang mal ein bisschen, gar nicht mal so gut, weil ich habe auch falsche Runde, also ich habe eine fulle AD-Runde gehabt und ja, ich hätte vielleicht doch ein bisschen auch mehr auf Schild oder halt auf Verteidigung gehen sollen. Aber gut, aus Fällen lernt man. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao.